Hikes anscheinend. Alles klar. Ach ja, ich muss doch das. Ich muss doch das nicht. Psst, bist du ruhig, Timmy's? Was? Bist du ruhig gemacht? Ich bin gerade in meiner Anmode und so. Ja, und? Ja. Mep. Also, wir streamen jetzt hier. Cribble.io und ja, dann gucken wir mal, wie es hier so vor sich geht. Können wir loslegen? Mep, 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 mep. Ja. Hör auf, das Video die Länge zu ziehen. Ich nehme ja nur auf. Ja, Entschuldigung, ich meine natürlich, äh, ja, 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 auch herzlichen Willkommen im Stream natürlich. So, wir starten mal vier Runden, 120 Minuten und zwar machen wir Cribble.io. Der Gamer99 ist da, moin, grüß dich. So, dann starten wir mal. Start the Game, Runde 1. Wer fängt an? Timmy's. Oh, du guckst. Was leichtes, Timmy. Äh, äh, ja, okay. Ähm. Ähm. Irgendwas mit fünf Buchstaben. Das hat nur vier. Was zur Hölle ist das? Nicht schreiben, das ist doch unfair. Wenn es dem Bild zudient, darf ich das. Ähm. Mein Brain ist leer. Du weißt schon, dass das jemand raten muss, damit wir Punkte kriegen, damit du Punkte kriegst. So, hier, fertig. Was wir hier, es geht um dieses. Sowas ist meistens ein bisschen, so im Raum. Äh, ich bin close. Und da ist meistens auch dann, wenn man von der Bank kommt, das Stück Grün ist drin, ne? Ähm. Und es wird nicht gerade gut rausgeholt von der Bank. Also, ich stehe jetzt hier komplett auf den Schlauch. Mein Beutel hört es bei mir nämlich auf. Lustig, Flu. Was, bei was? Mein Beutel hört es ja bei mir auf. Und tu das hell weg. Beutel, ja. Alter. Und ich mach hier sechs, ne? Ihr habt ja nicht Beutel gemacht. Oha, ich darf. Aber wie soll ich es anders zeigen? Oha. So, mal gucken, ob ich das so hinbekomme. So, erstmal eine Nachricht duschen hier. Du bist hier schneller als ich. Ich hab's gerade durchgelesen, ey. Der kann sich selbst gern abonnieren, aber sonst tut das keiner. Das sieht merkwürdig aus. Nee, Juna, das ist es nicht. Wie heißt das nochmal? Ist eigentlich ziemlich simpel. Nee, ne Gitarre ist so lang. Also, mehr weiß ich nicht. Ist schon gut, ist schon gut. Ist schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, ne? Das andere Wort, oder andere Art von Violine. Ach, komm, ey. Ich war die ganze Zeit auf Cello, aber dann dieses G. Ja, ob dieses riesige Teil, das müsste es doch Dienstgirchen sein. Dach an alle im Stream. Hört man mich? Hallo? Oha. Shade? Das wird lustig. Ja, ja, die hören dich. Die ich hört, man. Oha. Okay. Ich krieg Lampenfieber. Okay. Warte. Warte, warte. Wieso musst du immer die komplizierten Wörter nehmen? Nein, oh komm. Oh, das sollte eine Zitrone sein. Entschuldige. Also, das hier ist weiß. Nur das hier drin ist. Gelb. Ja, Zitrone passt aber nicht rein. In den Buchstaben, die habe ich gerade probiert. Kannst du auch rückgängig machen, oder? Oder noch mal neu beginnen. So. Zack. Der kauft sich, ich glaube, das kennt man nur in Amerika, bei einem Stand. Ein Glas. Eigentlich darf ich gar nicht gehen, fällt mir ein. Ich möchte gerne das kaufen. Verstehe ich nicht. Also, das Teil, wo der Pfeil hinzeigt, ist das gesuchte Wort. Das ist das, du besuchte. Das ist ein Glas. Cocktail passt nicht, Drink passt nicht. Und die Zitrone hat es. Ja, was hat man noch zu, wenn was Zitrone ist? Das ist eine. Hau Zucker dazu. Nein, jetzt wollte ich es eintippen, jetzt bringe ich die Flüte langsam und verdrige mich auch noch. Limonade. Das ist nicht so mein Spiel. Ja, besser für uns, ne? Wie soll ich denn das zeichnen? Keine Ahnung. Schon wieder so ein langes Wort. Nimmst du was Einfaches? Ich hab was leichtes, Knummer. Grelle Wahnsinn. Blutige China-Kopf. Oh, oh, oh. Grüner Strich. Frische Wolle. Ähm. Grüne Flagge, sehr klein, in Ameisen-Große. Äh, äh, ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf. So, und so. Oh Gott. Ein Kopf, Kopf, Luke. Ja, ich würde zu schreiben. Der, der hat meistens so einen Körper irgendwie, wie soll ich den Körper zeichnen, ne? Ich hoffe, dass es nicht Adipedipös, oder wie das Ding heißt. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, soll ich das denn schreiben? Adipositas. Was soll das sein? Der hat meistens so gestreift, sein Gesicht ist weiß, äh, geschminkt. Und, äh. Ah, Dingsda, wie heißt denn der nochmal? Der redet nix. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Fällt der Name nicht ein? Ich hab ein Dingskirchen im Kopf. Oh, ich hab einfach nur geraten, wie es geschrieben wird. Ah. Pantomime. Aha. Wow, war das knapp. Ich hab nicht so gut im Tübseln. Ich hab doch gesagt, dass meine Dingskirchen so weit weg ist. Wow. Ja, dann holt sie halt näher ran. Ja, das haut dann auch nicht hin. Dann wird sie wieder zu laut. Soll ich was Leichtes nehmen, oder was Schwieres? Nimmts. Wir werden sie nicht raunen. Oh, oh. Ähm, 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 ähm. Dort ist ein Kreis. Oh ja, das ist ein Kreis. Ah, nee, 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 falsch. Äh, das ist ja ein großer Kreis. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Da denkst du doch mal, bis sie, wie soll ich sagen? Die Miss hat's. Easy, ne? Nee, natürlich. Ich hab erst dann geguckt, das sind sechs Buchstaben. Hätte ja auch die Snickers sein können, ne? Was? Der Nachbarplanet vom Mars. Naja. So, jetzt wird das ein Meisterwerk hier. Kommt schon. Das wird sowas von einem Meisterwerk. Kann ich ein Wörterbuch zur Hilfe nehmen? Nein. Das ist unfair. Dann würde ich auch eins. Weißt du, wie schnell das gehen würde, sämtliche sieben buchstäbigen Wörter durchzugehen? Das soll markieren, dass der hier schläft, ne? Entschuldigt. Das ist jetzt... Ich dachte... Aber der sitzt im Winter. Der ist im Welt. Der ist im Welt. Der sitzt im Welt. Der sitzt im Winter. Der ist eine eindeutige Wurse. Ja. Fiegt dann nicht noch eine zweite Besuch. Nein, komm schon, Alter. Ja, wozu verleitest du mich? Also, okay. Um. Aufgepasst. Ja, ist doch wahr, oder? Die Wurse haben sie in sieben. So, und der träumt von... Ja, ich hab's. Was hast du gesagt, Schatz? Ne, hier wächst nicht so scharfen. Ja, ich wusste immer, wenn man's schreiben... Ach, komm, ey. Träumen. Ja. Ist jetzt aber nicht der Einzige, der noch was nicht erraten hat, ne? Ihr Mogel doch, oder? Ich hab's noch... Ich hab's noch... Ich moin' jetzt jetzt grü... Oh, komm, wir sind im weißen Stück. Die weiß auf weiß. Äh! Weiß auf weiß, das ist gut. Oh, vier Buchstaben. Mäh. Ahm. Nope. Dann zinken Pastel auch nicht rein. Äh... Was zur Welle ist das? Easy. Was? Ihr sagt mir aber schon, wenn ich mich aus Versehen gemutet hab. Ja. Was plötzlich so leise ist. Was zum... Was? Was ist das? Komm, Juna, das ist nicht so schwer. Das ist doch einfach gut gezeichnet. Ja. Meistens hat die... Der noch hat meistens ein bisschen Farbe. Gift. Oh mein Gott. Hey, ich hol auf Timmis auf. Oha. Oh. Das Problem ist, die Hälfte von dem Zög kann ich nicht mal... Dann nimm die andere Hälfte. Ja, gut, bei einem Drittel ist das schwierig. Hm. Ja. W-w-w-w-was? Der hat jetzt für mich ausgewählt. Ja. Ich aber nicht so langsam warst du. Äh... Die Farbe könntest du hier mal ignorieren. Erstmal disliken, ja. Ja, so lange dauert hier. Disliken. Das ist gemein. Wow, ja. Das sind wir. Das sollte man doch wissen, ne? Du wirst, was das hier ist, oder? Ein Schwein. Aha, und? Ach komm, ey. Geh doch. Aber das Wort ist eine Person. Das weißt du schon, oder? Ja. Gut. Ach, komm. Dann mach mal den halt noch. Easy, ne? Wie soll man denn darauf kommen, wenn du die Person nicht... Ja, aber was kann ich dafür, dass mir das Spiel hier... Du wartest auch zu wenigst, was ich nicht wollte. Das andere war Freitag, da hätte ich einen Kalender gemalt. Ich hätte bei Rago Bärme mal müssen wollen. Weil ich mich doch dann vergiftet. Wie soll ich denn rummalen? Mein Gott. Ähm... Äh... Äh... Watt, wie viele Buchstaben? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14? Hä? Bitte keine langen Wörter. Kann ich nicht bitten. Meine Tastatur hat nur begrenzte Buchstaben. Ähm... Hoppala, ich muss ja auch mal in das Fenster reinklicken. Nope. Hm. Oh Gott. Entschuldig, das sollte eigentlich rund sein. Ähm... Oh, ist das ein Länger. Entschuldigung. Es geht um... Was? Das Gebäude. Ähm... Ja, Gehege ist das nicht. Das passt ja nicht. Aber irgendwas in der Nähe, ne? Okay. Ja. Irgendwas so, wie man das nennt. Stirn. Amazon? Was hat denn Amazon mit einem Schweinestall zu tun? Ja, das sah ja so aus, wie wenn du da ein Paket hindust. Achso. Das war eindeutig ein Fließband. Ganz eindeutig. Ja, nein. Ähm... Ähm... Wenn du das zeichnen können, dann hab ich's auch mal im Vorjahr wegzeichen. Oh... Der hat da nen Typen hinmalen können, der muss sich den Finger wegsprengen. Soll ich euch die Drei-Seiten-Ansichtin zeichnen? Ich zeichne einfach irgendwas, was man erkennen kann. Hm. Ist eigentlich relativ easy. Ziemlich gerade. Was? Hoppala falsche Farbe. Was ist... Das ist nur für Mürdebilder. Das sieht man doch. Boah, ich brauchte länger, um zu überlegen, wie das geschrieben wird. War relativ einfach, ne? Ja, also es ist sehr gut gezeichnet, aber an der Seite sind die, die zum... Zum... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So ein langes Wort, aber ich habe mich schwer zu hören, das Wort muss sieben. Juhu, dritter. Grelle Wahnsinn. Ah, ich sollte nen Oktopus malen, sicherlich nicht. Warte. Ne Oktopusse. Uh. Ähm. Warte. Easy peasy. Easy peasy. So, aber ich kann ja eh nicht mehr aufholen. Oder? Ey, ich bin zweiter. Doch, du bist über mir. Du hast ja viel mehr Punkte gekriegt. Der Grelle über Wahnsinn. Das war ja mal eine schöne erste Folge. Und erst jammern, ey. Ja, Entschuldigung. Wollen wir nochmal? Wollen wir mal sagen, das war's jetzt erstmal von dieser Folge und wir sehen uns eventuell in der nächsten wieder. Auch wenn jetzt... Wie kurz war eigentlich die Folge? Mehr, mehr, mehr. Keine Ahnung. Irgendwie was mit vielleicht zu 10, 15 Minuten. Passt. Was für zwischendurch, ne? Ja. Achso. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Entschuldigung. Ist schon vorbei. Ach, Mann. Das musst du ankündigen. Nein, sowas kündigen wir nicht an. Das schneidet er weg. Also... Das Spontane ist immer noch das Beste.